Howdy Leute, euer Mif Saka hier und heute ist wieder Xur-Tag. Der Gute steht auf der EDZ. Gleich hier gewundene Bucht, Hinporten und nördliche Richtung hier oben auf dem Stein. Ihr könnt da durch den Tunnel oder ihr könnt auch hier rechts hochspringen. So, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich hab tierische Kopfschmerzen, weil meine Nächte im Moment eine Katastrophe sind wegen meinem Rücken noch, wegen meinem Unfall. In sieben Tagen, Gott sei Dank MRT-Termin, dann wissen wir mehr. Ja, so, das sieht schon mal nach einer krassen Auswahl aus. Also fangen wir an. Der Prospektor, ein Heavy-Granatwerfer. Hier ist es so, gedrückt halt, um Granaten abzufeuern. Loslassen, um alle scharfen Granaten gleichzeitig zu zünden. Granaten bleiben an Oberflächen haften und setzen Ziele in Brand. Das Besiegen von Zielen erzeugt Arkus-Explosionen. Das ist keine Meta-Waffe, das ist aber eine Waffe, die durch den Granatwerfer-Buff, den wir mit Lightfall auch noch mal bekommen haben, nicht so schlecht ist. Wir haben das tatsächlich, einer von uns hat es auch im Day-One-Raid gespielt gehabt, weil wir hatten so ein bisschen dann Damage-Loadouts bei Nazarek getestet. Und das war gar nicht mal so schlecht. Also Prospektor kann man auf jeden Fall spielen für Damage, ja. Wenn ihr es noch nicht habt, mitnehmen. Wie gesagt, ich sage nicht, ihr braucht es unbedingt, aber ist schon eine Waffe mittlerweile, die man ruhig in der Sammlung haben kann. So, und da haben wir das erste Meta-Exo, die Glückshose. Vor, wann war das, vor zwei Wochen, als ich das Video gemacht habe, dicke Buffs für dicke Wummen, da habe ich auch ein Bild zum Glückshosejäger mal mit reingepackt. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr euch das da angucken. Damit kriegt ihr einen enormen Push auf eure Handfeuerwaffen. Ich gehe jetzt nicht den Exo-Pork durch, also ihr müsst eine vollgeladene Handfeuerwaffe, ihr müsst dazu wechseln. Dann habt ihr einen Damage-Bonus, der mit jedem Schuss auf das Ziel weiter hochsteckt. Und das ist ein enorm absurder Damage, den ihr damit macht. Damit haut ihr einen Champion weg, etc. pp, ja. Die sollte wirklich jeder Jäger haben. Und wir haben hier 65 Gesamt. Wir haben Mobi drauf, wir haben Diszi drauf. Ja, klar, Erholung, Intellekt sind jetzt im PvE. Also Belastbarkeit wäre wichtiger, aber der Roll ist gut, ja. Belastbarkeit könnt ihr euch dann über die anderen Rüstungsteile holen. Nehmt euch den auf jeden Fall mit, wenn ihr noch keinen habt. Ich nehme ihn auch mal vorsichtshalber mit, falls ich weiß jetzt gerade nicht, wie mein Roll ist. Nehme ich einfach mal mit. Und dann kommt das nächste Meta-Exo, die Heilrüstung für den Titan. Noch nicht allzu lange her, leere Titan hochgeladen mit Heilrüstung. Ein brutales Bild, ein brutales Exo. Wir bekommen eine zusätzliche Granatenladung. Und damit könnt ihr auf dem leere Titan, habt ihr einfach die ganze Zeit könnt ihr Granaten spammen. Ja, unwahrscheinlich starkes Exo. Brutaler Roll, 65 Gesamt, Belastbarkeit, Disziplin. Genau das, was wir haben wollen, nehme ich auch mit, weil ich weiß gerade auch nicht, wie mein Roll ist. Auf jeden Fall extrem gut. Und das nächste Meta-Exo, das über, über Meta-Exo für den Warlock, Sternfeuerprotokoll. Hier der Roll wieder, wie immer, mittlerweile Mobilität drauf. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wir haben Disziplin drauf, wir haben Belastbarkeit drauf. Ist okay. Damit bekommen wir eine extra Fusionsgranate. Und wenn wir dann in einem stärkenden Rift sind, also wenn wir empowerte Waffen haben, dann bekommen wir durch den Schaden, den wir mit den Waffen machen, also dazu zählt natürlich auch der Brunnen, bekommen wir Granatenenergie zurück. Aktuell ist es noch so, pro Damage, dass wir, oder beziehungsweise, ich glaube, alle zwei Sekunden tickt das, dass wir 20% Granatenenergie zurückbekommen. Das Ganze wird genervt, das wurde schon mal geleakt, ja, von den Leaks auch hier, von Ikugeln und sowas war das ja, wo das ja abgefilmt worden ist, dass das auf 5% runter reduziert wird. Ich sage euch trotzdem, dieses Exo wird ein absolutes Meta-Exo bleiben auf dem Warlock. Auch wenn der Nerf da ist. Weil gerade, wenn ihr euch mein Bild anguckt, was ich Anfang der Season hochgeladen habe mit Sternfeuerprotokoll, ich spiele den ja ein bisschen anders wie die meisten, viele spielen das mit Stärke-Rift, ich spiele das mit dem Phoenix-Dive, da habt ihr immer eure Fusionsgranate ready. Und der Nerf, der kommt, der betrifft im Endeffekt nur den Damage, den ihr aus einem Rift rausmacht. Aber das Bild an sich, so wie ich das zum Beispiel spiele und gebaut habe, betrifft das gar nicht. Außer wenn ich dann halt im Brunnen stehe und ich mache Damage auf den Boss, dann schmeißt ihr halt ein bisschen weniger Granaten. Trotzdem ein Meta-Exo, weil es ist eines der wenigen Exos, wo ihr unwahrscheinlich viel Granatendamage zusätzlich habt zu den normalen Waffen, die ihr halt noch spielen könnt. Also Leute, holt euch das auf jeden Fall. Wenn ihr es noch nicht habt, ein Must-Have definitiv. Auch wenn der Warlock jetzt nicht ganz so Premium ist, aber mitnehmen. Alle drei. Solltet ihr alle drei haben. Wenn ihr die nicht habt, nehmt sie auf jeden Fall mit. So, dann haben wir eine Vulpe Cooler mit Gesetzlosern Adagio. Adagio war, glaube ich mal, auf 180ern. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ziemlich krass im PvP. Dazu will ich jetzt aber gar nichts sagen. Ich kann das jetzt, ich habe das nochmal irgendwie mitgekriegt. Ich selber spiele die nicht im PvP oder sowas. Und wenn im PvE, dann mit Grabstein. Aber ja, müsst ihr wissen. Also ich kann den Warlock nicht empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der wirklich gut ist. Aber da halte ich mich jetzt mal gepflegt zurück. So, dann haben wir hier eine Sidearm. Eine Enigma haben wir hier mit Grabräuber und Schnelltreffer. Ja. Das ist jetzt nicht der schlechteste Roll. Auch für PvE nicht. Ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, diese Dinge müsst ihr auf jeden Fall haben. Weil es gibt mittlerweile so viele gute Sidearms, auch die ihr craften könnt. Da braucht das Ding hier kein Mensch mehr. So, dann haben wir hier Reibungsfeuer. Eine 600er MP. Mit einem Roll, den ihr auch nicht braucht. Dann haben wir hier unter deiner Haut Tempo des Schützen und Erfolg des Warmlaufen. Ja, ist halt für die Spannzeit ganz cool. Aber Tempo des Schützen auf jeden Fall. Aber hier würde ich jetzt nicht erfolgreiches Warmlaufen nehmen auf dem Bogen. Auch wenn das nicht der schlechteste Roll ist. So, dann haben wir hier Urteil von Calgourth mit Weißglühend. Und unbewegliches Objekt. Ja. Also, das Ding braucht... Also, die meisten können sie wahrscheinlich eh craften. Und dann nimmst du dann eher sowas wie nah am Nahkampf. Also, nee. Kauft euch die nicht. Und dann haben wir hier Explosive Treibjagd mit Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, Schnappschuss. Das braucht auch kein Mensch. Und dann haben wir hier eine Einser mit... Oh! Die ist tatsächlich nice. Ich glaube, das ist auch für die PvPler... Also, die Pistol an sich ist sowieso sehr stark. Der Roll ist gut. Der Roll ist gut. Wenn ihr Sidearm im PvP spielen wollt... Also, den kann man auch im PvE spielen, hier diesen Roll. Also, den nehme ich mir selber auch mit tatsächlich. Weil das ist eine gute Sidearm. Dann könnt ihr euch die auf jeden Fall mal mitnehmen. So, dann gibt es hier vom Eskalationsprotokoll die Ornamente hier vom Warlock. Ja, hier die Yuga-Klamotten. Finde ich tatsächlich ganz cool, die Robe. Die habe ich auch sehr lange getragen selber. Finde ich auf jeden Fall sehr schick. Was haben wir da für Stats drauf? 57, 59, 60, 61. Okay, ist alles Käse. Wir haben eine Falkmont mit erster Schuss. Auch wieder gut für die PvPler. Ja, erster Schuss. Und Korkenzieher. Tatsächlich nicht schlecht. Und wir haben Erzählung eines Toten mit Vopalwaffe. Auch das ist das, was ihr haben wollt auf dem Ding. Ja, wenn ihr die noch nicht habt, hier mit Warpel, könnt ihr euch die mitnehmen. So, dann gucken wir uns mal eben an, was die anderen Klassen haben. So, auf dem Jäger haben wir hier 59, 59, 65. Ist ein PvP-Ding. Ja, Erholung und Intellekt. Für die PvPler unter euch, die noch einen Rüstungsteil für einen Jäger vielleicht brauchen. Ja, hier wäre vielleicht was. Und dann haben wir auf den Schuhen haben wir 63. Ja, leider gar keine Mobi drauf. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, was haben wir auf dem Titan? Auf dem Titan haben wir 59, 59, einen Helm mit 58 und Stiefel mit 60. Okay, da ist nix. Aber ja, Leute, Meta-Exos, Alter. Meta-Exos. Ah, noch eine Sache. Ich sehe es gerade. Benji hat hier eine übelst geile Kantate gerade. Die ist auch noch bis zum nächsten Reset verfügbar. Verbesserte Geschosse, Auge des Sturms, Messsucher, Weiterlauf, Rangemasterwork. Wer die gerne spielt, ich spiele die sehr, sehr gerne. Das ist ein Premium-Roll. Nehmt euch die auf jeden Fall mit, wenn ihr gerne Handcannon im PvP spielt. Ja, auf jeden Fall. So, Leute, das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich gucke mal, ob ich vielleicht morgen Abend oder sowas live gehe, wenn die Kopfschmerzen einigermaßen sind. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Spitzenreiter machen. Oder, oder, oder. Schauen wir da mal. Wie immer, haltet da einfach die Ohren, die Augen auf. Meistens so gegen 20, 30 dann. Und, ja. Ansonsten viel Spaß in Twiles. Ist Twiles? Oder ist gerade Eisenbahner? Ne, ist gerade Eisenbahner. Aber ist gar kein Twiles. Ja, dann viel Spaß auch bei was auch immer. Ich wünsche euch sonst noch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Und in dem Sinne, viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.